Hallo zusammen, wir von Calomit Photographic waren am 17. Juli bei der Neuvorstellung der Sony Alpha 7R Mark IV in Dublin, in einem irischen Hotel in Wicklow. Das ist etwa 60 Kilometer von Dublin entfernt. Dort hatte Sony eine Art Fotoparcours aufgebaut und wir konnten für eine Stunde die Sony Alpha 7R Mark IV enthalten. Eine Stunde ist natürlich recht knapp für einen ausführlichen Bericht, aber wir konnten uns auf jeden Fall einen ersten guten Eindruck verschaffen. Dass die Alpha 7R Mark IV einen Vollformatsensor mit wahnsinnigen 61 Megapixeln besitzt, ist ja schon in aller Munde. Wir hatten vor diesem Bericht ja auch schon live von dem Sony Event und dem großen Sensor berichtet. Nun zuerst ein Wort zu den technischen Details. Die Kamera hat also einen 61 Megapixel auflösenden Sensor und der Dynamikumfang beträgt 15 Stufen. Dabei ist die A7R Mark IV recht blink unterwegs und schafft 10 Bilder pro Sekunde. Vor Ort bekamen wir dies in einem Aufbau mit einem Whiskyglas und Eiswürfeln, die in das Glas fallen, eindrucksvoll zu Gesichter. Und wenn man hier an dem Bildbeispiel oder den Bildbeispielen sieht, ist die Auflösung echt krass. Sicher erzeugt man mit einem solchen Sensor auch verdammt große Datenmengen, aber wie immer, alles hat seinen Preis. Man muss sich halt entscheiden, große Datenmengen und hochauflösende Bilder oder eben nicht. Und wer das nicht möchte, hat ja immer noch andere Alternativen aus dem Hause Sony. Ich denke, man sollte dies als große Möglichkeit ansehen. Und wer es nicht braucht, dann halt eben nicht. Aber dieser Megapixel-Wettlauf ist ja stets ein Thema in der Community. Immer wieder heißt es, nein, ich brauche es nicht, wo soll ich mit den Datenmengen hin? Die Profis aber werden diese Auflösung zu schätzen wissen. Denn wer hat es nicht schon mal erlebt, dass der Kunde sagt, hiervon hätte ich gerne einen Ausschnitt? Dann hat man zwei Möglichkeiten. Erstens dicke Backen machen oder zweitens auf eine hochauflösende Aufnahme zurückgreifen und dem Kunden genau den gewünschten Ausschnitt liefern. Und zwar immer noch in einer ausreichenden Auflösung dann. Also für so manchen ist der 61 Megapixel-Sensor doch ganz schön. Und außerdem steht ja das R bei Sony für Resolution, die Auflösung. Okay, was kann die A7R Mark IV noch? Sie besitzt eine Pixel-Shift-Multi-Shooting-Funktion. Diese Funktion verschiebt den Sensor in Schritten von einem halben Pixel und erstellt insgesamt 16 Bilder. Aus den Originaldateien, die zusammen knapp 1000 Megapixel groß sind, wird dann in der Kamera ein einzelnes Bild zusammengesetzt und heruntergerechnet. Dieses Bild hat dann eine Größe von etwa 240 Megapixel und soll über eine herausragende Tiefe und Plastizität verfügen. Das Ganze führt die Kamera mit einer AF-Abdeckung mit erstaunlichen 567 Bildpunkten aus. Ein weiteres Highlight ist die automatische Augenerkennung und Verfolgung. Oder halt, vorher noch ein Wort zur Bildgeschwindigkeit. Mit dem Pufferspeicher kann die Kamera nämlich knapp 70 Bilder in Serie schießen. Heißt im Extremfall, für etwa 7 Sekunden kann ich durchgehend belichten. Aber vielleicht noch ein Wort dazu. Per Knopfdruck kann die A7R Mark IV nämlich die Bilder kroppen. Dann wird der mittlere Teil des Sensors in APS-C Größe genutzt. Die Bilder haben dann immer noch eine Auflösung von gut 26 Megapixeln. Vorteil also, eine extrem hohe Serienbildgeschwindigkeit mit Ausschnittsvergrößerung. Zurück zu der automatischen Augenerkennung, die jetzt auch im Videomodus funktionieren soll. Die Models vor Ort bewegten sich allerdings in einem festen Set, sodass wir dies nicht im Videomodus überprüfen konnten. Wohl aber im Fotomodus. Die Models bewegten sich und der Augenautofokus folgt tapfer. Auch hier gibt es einen Daumen hoch für eine sofortige und genaue Augenerkennung und eine scharfe und klare Fokussierung selbst in Bewegung. Zuletzt ein Wort zur Haptik. Die Kamera liegt schön in der Hand und die Knöpfe sind auch ein bisschen markanter und griffiger geworden. Auch die Oberfläche der Kamera fühlt sich schönwertig an. Sie ist von den Abmessungen her ein kleines bisschen größer geworden als ihre Vorgängerin war. Und das trägt nochmal zu einer super Griffigkeit bei. Ich denke, das war es soweit von dieser einstündigen Tour durch den Sony Fotoparcours in Irland. Ich hoffe, wir konnten die Kamera ein bisschen näher bringen und freuen uns auf das nächste Mal, wenn wir ausführlicher über diese Kamera berichten. Bis dahin, euer Kalomit-Team.